Stand halten, Männer! Auf mein Zeichen! Wohin soll ich gegen das Eile? Ich höre... Vorwärts, Schwestern! Wird sofort ausgeführt! Zu Befehl! Der da hat uns entdeckt, der muss weg! Silberpanzer! Wow, cool! Dauert aber eine halbe Ewigkeit, bis wir den tragen könnten! Befehlt! In Windeseile! Ein feiger Angriff! Die Rune ruft... Unverzüglich! Schützt mich! Alles klar! Verstanden! Okay, dann gucken wir erst mal, von wo hier unten noch Truppen kommen... Wird sofort ausgeführt! Was wünscht die Rune? Was wünscht die Rune? Was wünscht die Rune? Ich bin Tanый! Jo, wieder irgendwo der Elf. Was wünscht dem Weg, ne? Unverzüglich. Sofort. Schnell. Also ja, erstmal hier unten lang gucken. Und ja, ich weiß, ich könnte das Monument aktivieren, aber dafür... Gehen mir die Gegner geradezu sehr auf den Keks. Mir nach. Und ja, ich sehe schon hier oben ist auch ein Gebäude mindestens. Was wünscht die Rune? Stehe bereit. Verstanden. Zu eurem Befehl. Ja, noch Nutrider, den ich verloren habe. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Jo, hier ist auf jeden Fall noch eine Basis. Mir nach. Und los. Hier kommen auch noch welche her. Wohin soll ich gehen? Und los. Folgt mir. Okay, das hier ist gar kein richtiges... So, Ehre, Aonius. Er ist auch trotzdem für Ärger. Okay, von da... Kommen sie auch. Okay. Hier. Sofort. Und los. Aber das hier sieht auch so aus, als ob hier was sein könnte noch. Und hier ist auch tatsächlich sogar mit einem Spawner. Sofort. Eine kleine Truppe. Wohin soll ich gehen? Rasch wie der Wind. Seid auf der Hut. Wir sind in Gefahr. Seid auf der Hut. Die Diener der Nacht sind hier. Die Linien müssen halten. Mein Bogen für die Rune. Befehlt. Schnell wie ein Pfeil. Das ist ein Hinterhalt. So, den da ausschalten. Elend Segen. Wohin soll ich gehen? Mein Bogen für die Rune. Was soll ich tun? Ja, Gebäude sollte man am besten immer direkt angreifen und nicht mit Angriffsbefehl. Wohin soll ich gehen? Mein Bogen für die Rune. Hilft ein bisschen wenigstens. Mein Bogen für die Rune. Was soll ich tun, Schwestern? So. Bereit. Und los. Mir nach. Und los. Die Rune befiehlt. Zu euren Diensten. Zu Befehl. Die Rune ruft. Zur Ehre Aonis. Feuer in der Stadt. Feindlicher Angriff. Ja, ich glaube, ich sollte langsam hier ein bisschen verstärken. Feindlicher Angriff. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Holz habe ich ja jetzt genug. Schlagt sie zurück. Wie ihr wünscht. Stehe bereit. Schließt die Reihen. Was ist euer Begehr? Ruf die Wachen, Schwestern. Sprecht. Genau. Gebt den Geist auf. Bereit. Und los. Mir nach. Ja, viel zu viele Wege, die nach oben führen. Und los. Mir nach. Folgt mir. Also ja, das ist eine der Straßen, die nach oben führt. Durch eins ihrer Lagen. Sofort. Folgt mir. Schnell. Naja gut, nehmt die Farben auseinander. Schließt die Reihen. Was wünscht die Rune? Das Bauwerk ist vollendet. So sei es. Standhalten, Männer. Befehlt. Was soll ich tun? Dies sind zu viele. So, da ist einer mit ein bisschen... Schaden. Elend Segen. Mein Bogen für die Rune. Rasch wie der Wind. Was soll ich tun? Zu Befehl. Auf dem Weg. Zu euren Diensten. Alles klar. Ihr haltet euch nicht. Der Türme, bitte. Ohne deren Unterstützung sei dir tot. Mein Bogen für die Rune. Was soll ich tun? Vorwärts. Sofort. Vorwärts. Und los. Okay, da sehe ich noch ein Lager von Brennigan's Leuten. Folgt mir. Sie kreisen uns ein. Für die Freiheit. Und los. In die Schlacht. Schnell. Und los. Mir nach. Vorwärts. Meine heilige Pflicht. Auf mein Kommando. Und los. So, die Koblenz, die da im Wald streuen, erstmal loswerden. Vorwärts. Wir sind in Gefahr. Stand halten, Männer. Sofort. Sie kreisen uns ein. Seid auf der Hut. Rasch wie der Wind. Oh ja, das ist ein größeres Lager. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Wehrt euch, Schwestern. Befehl, Wind, nacht sind hier. Los, Schwestern. Wohin soll ich gehen? Auf meinen Befehl. Zur Ehre, Aonius. Aber ja, hier ist auch gleichzeitig Sackgasse. Ah, hier rum kommt man ja auch in die Stadt. Also, die wir befreien sollen. Das wäre... Ah, feste U-Trand. Wohin soll ich gehen? Schnell wie ein Pfeil. Mein Bogen für die Rune. Elends Segen. So, ein Teil dahin, ein Teil dahin. Von da oben kommt wieder eine ganze Ork-Meute. Aber mit denen kommen wir ja mittlerweile klar. Die Diener der Nacht sind hier. Oh, da ist schon noch jemand bis vor. Feinde, zu den Bögen. Und los. Oh, stimmt ja. Auf dem einen See, hier gab's ja was. Sprecht. Dorthin. Dorthin. Ich eile. Das ist nicht weit. Ja, hier rum müsste mich das in das Lager noch einführen. Das ist nicht weit. schlagt sie zurück verstärkt die deckung schließt die reihen das wird also etwas sportlich sofort wieder ein utraner verloren die rune befiehlt und ich auch fast schlagt sie zurück da unten ist ja auch noch die ganze base ja die kommen wir aber auch ganz leicht schnell rein schnell erst mal das hier oben aushebeln mir nach hier gibt es ja auch noch wege weiter ich habe mich nicht vertan mir nach und los vorwärts vorwärts schnell und los wir sind in gefahr ja